Das alte Leomner Hallenbad hat ausgedient und somit hat das letzte Stündlein für ein ehemaliges Freizeitparadies für viele Leomner geschlagen. Mit schweren Abbruchmaschinen und Baggern rückte man dem alten baufälligen Gebäude zu Leibe und in wenigen Stunden war es nur noch Erinnerung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kein Stein blieb auf den anderen. Nun wird hier ein Studenten- und Lehrlingsheim entstehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017